Ab dem 1. November 2013 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Schwerin. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 500 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.